Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. So, wir sind jetzt im Januar angekommen, jetzt warte ich noch bis es hell wird. Dann können wir Gülle fahren, Milch, Mist wieder, also wieder die altbekannten Sachen. Dann werden wir einfach sehen, ob sich das jetzt langsam auszahlt, die ganzen Tiere oder nicht. Da kann er hier mal anfangen zu laden. Ich denke, dass er jetzt gleich fertig sein wird. So, 8 Uhr wäre eigentlich gut, eine gute Zeit. Genau, und dann drehen wir hier schon mal runter, auf mal 3. Holen uns wieder den JCB für den Mist zu fahren. Sägewerk Hackschnitzel voll, das ist natürlich doof. So, okay, du darfst dann natürlich, ähm, Produktion, Sägewerk Hackschnitzel und soll er abladen. Moment, warte mal das hier wieder zu. Zellstoff, Hackschnitzel, dann Hackschnitzel und das Ganze soll er viermal machen. Ui, was habe ich da jetzt gemacht? Äh, Fruchtumfahrung, ja, Fruchtumfahrung ist mir eigentlich egal. Let's go. Okay, das ist auch kurz vor, kurz vor fertig. Soll losfahren. 113.000. Das ist schon eine schöne Summe Milch. Beziehungsweise sie wird immer besser. Also die Milch wird immer besser, was wir da jetzt rauskriegen täglich. Also das Sägewerk, das habe ich natürlich nicht auf dem Schirm gehabt, ne, der Hackschnitzel. Aber Klärwerk Gülle zum Beispiel. Na, dass, dass wir das noch, äh, befüllen. Und wenn wir mal einen kompletten, äh, vollen Anhänger hinfahren, 250.000 Liter, dann reicht das mal wieder eine Zeit. Das ganze Abwasser können wir ja, glaube ich, auch mal wegbringen. So, das passt ja schon mal. Im Wolkerei ist sogar jetzt schon mal rausgefallen aus der Anzeige. Das ist schon krass. Aber dass wir wieder so viel zu tun haben. Ist es auf der einen Seite auch sehr gut. Aber auf der anderen Seite auch ein bisschen nervig. Aber egal. Oh, wir können ja hier reinfahren, stimmt. Wegen der Gülle. So. Der soll die Gülle laden und wir können dann... Okay, der lädt dann... ...gleich das Hackschnitzel, dass es da wieder weitergehen kann. BGA Mist tun wir jetzt schön befüllen. Ah, ist das herrlich. Und so. Und so. Einen Punkt nach dem anderen jetzt einfach abarbeiten. Und dann passt das. Ja, jetzt eben Hackschnitzel werden jetzt ausgelagert. Sehr schön. So. Also eben das Coole, der Pferd ist von ganz alleine. Brauchen wir gar nichts mehr machen. Hier wird 250.000 Liter Gülle, also... Da ist einiges an Gülle drin. In dem Stall. So. Na, da wird jetzt auch wieder einiges an Mist drin sein. Leider kann ich jetzt nicht sehen, wie viel wir von was brauchen. Aber ich kann schon mal beim Fischer gucken, wie viel Leerpaletten wir brauchen. Und die lade ich jetzt einfach aus. Da ist er doch. Und Scholli müssen wir halt abholen. Das sind 45.000, also 9. Beziehungsweise ich kann 10 Paletten machen. 10 Paletten. Leerpalette. 10 Stück. Soll er eben einfach hier mal hinladen. Das passt. Okay, 73.000 ist es nicht mehr so viel, wie es schon mal war. Aber ich glaube, das schwankt auch immer. Wir können ja jetzt auch den Dünger gerade rausholen. Den Mineraldünger. Dem 188.000, also das müssen wir schleunigst machen. So, wir müssen hier nur noch gucken nach Gülle. Haben immer noch 315.000 drin. Das sind einfach Zahlen, die sind Wahnsinn. Also was die Tiere an Gülle herstellen in dem Sinn. Oder erzeugen ist schon Wahnsinn. Die Kühe. Ich würde, glaube ich, auch hingehen und das Fass einfach mal, ähm, nochmal füllen lassen mit Gülle. Und jetzt wird das hier wieder schön gefüllt. So. Sehr schön. Dann lassen wir das Fass nochmal füllen. Dann können wir mal anfangen, die Produktion leer zu machen. Das müsste ja klappen, wenn ich es anfange zu befüllen und dann abkoppel. Müsste ja dann trotzdem sich weiterhin füllen. Also es läuft zumindest mal. Es läuft mal. Das ist gut. Zack. Hängen wir den Anhänger wieder dran. Zack. Und mit den Leerpaletten mit. Und jetzt let's go. Voll Gas. Ich glaube, wir müssen eh noch Februar überspringen dann. Und dann im März können wir wieder weitermachen. Ich glaube, da haben wir dann im März, haben wir dann wieder was zum Ansehen. So, dann schauen wir einfach, dass wir das oben hinstellen. Dann drehen wir eine Runde zum Laden. So, dann haben wir vier weitere Einträge. Ja gut, das ist jetzt. Also, im nächsten Tag müssen wir die 100k Mist in die Düngeherstellung geben. Ansonsten gehen die uns jetzt bald auf die Barrikaden. Und dann. So. Zack. Jawohl, die gehen alle weg. Das passt. Sehr schön. Ja, war das eine vielleicht Zellstofffabrik. Hackschnitzel. So, steht's hier halt komplett schräg da, aber das ist mir ja nicht egal. Weil ich möchte ja hier die Heringe kurz warten, bis sie ausgelagert sind. Und dann die Schollen. Da können wir gerade die Krabben mitnehmen und der Hummer. Zack. Ah, das ist echt schon wirklich viel. Das ist wirklich viel, was wir hier jetzt an Ware haben. Also, ich glaube nicht, dass wir da nochmal großartig was von der Zellstoff mitnehmen können. Also, ich werde es definitiv probieren. So, ist noch aktiv. Wie viel haben wir noch Platz? Für 40 Paletten haben wir noch Platz. Also, für 40 Paletten haben wir noch Platz. Dann haben wir hier 18. 36. Und davon dann nochmal 4 gleich. Dann sind wir voll. Da erhalten die 14. Ich will da nur 4 Paletten. Dann haben wir mal den Anhänger wieder komplett voll. Also, eins von dem, was wir nicht wissen, oder was von den zwei weiteren Einträgen, ist eins definitiv Milch an der Molkerei. Und was das zweite dann ist, weiß ich nicht. Das sieht man dann, wenn wir wieder irgendwas abgearbeitet haben. Kann auch sein, dass zuerst die Milch dann kommt. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.